Das schaut so auf dem Video aus, als ob da irgendwie ein Ufo landen würde mit dem Licht. Schau mal. Ich weiß nicht, aber du hast eine gute Kamera-Qualität. So, machen wir mal von dir. Nein, Armin, das mag ich nicht. Weg. Warum? Das mag ich überhaupt nicht. Es ist eh finster. Vor allem, wenn ich schlecht aus schaue und am letzten. Du schaust nie schlecht aus. Ah ja. Wunderschön, oder? Aha. Ja, Mann, ja, Mann. Na, Mann, nach oben.